so und da sind wir wieder zurück bei vorne und den strand hinauf auf spielka stufe schwer mit unserem plünderer ok den strand hinauf das hört sich fast an wie 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 ohama beach aber mal gucken ich muss echt unbedingt was gegen meine ausdauerverlust machen irgendwie da da muss ich noch ein bisschen rum testen vor allen dingen das blocken ist total keine ahnung ich sag zwar so rechts blocken das krieg hatte uns bereits an den rand der vernichtung gebracht dieser raubzug erinnerte uns daran wer wir waren wir begannen mit einer festung an der küste doch sie wussten dass wir kamen die 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 Gehen! Die Tore dieser Festung wurden 100 Jahre lang nicht bewegt. Wir mussten einfach nur nicht durchgehen. Na auf jeden Fall, das mit den Blocken muss ich noch ein bisschen üben. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Oh, knapp. Oh, hallo. Einmal hier durchschwingen, sagst du. Oh, muss ich mit der spielen? Die kommt so vor, als wäre die extrem langsam. Hier, der eine wäre mir viel lieber. So, gleich sind wir hier durch. Was ist mit dem hier? Oh Gott, keine Ausdauer mehr. Das übliche Light bei mir. Na. Wo muss ich eigentlich lang? Oh Gott. Au, 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 au. Geh weg. Wo muss ich eigentlich lang? Hier? Tatsächlich. Da oben muss ich lang. Hallo. Was? Was? Was soll das denn? Wie bitte? So, hilfst jetzt mir bei den Typen hier. Ach, der kann nix. Na denn. Passt. Das ist ja interessant, dass man schon damals sowas hat. Hä? Wie geht es mit Ausweichen? Ah, okay. Ist klar. Willst du mich verarschen? Ach so. Ich hab's noch geschafft. Sehr gut. Tag. Wir müssen das öffnen. Äh. Was natürlich schönes. Rage. Oh. Oh. Oh ja. Ach, nur einmal? Schade. Oh. Wer bist du denn? Ist klar. Oh man. Okay. Machen wir es anders. Krass. Rage-Modus an. Und los geht's. Und weg mit dir. Na, 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 na. Idioten. Ich fasse es nicht. Überall, wo ich hin-dingsse, blockt er. Ja. Ist klar. Als würde er das genau 100% wissen, wo ich über ihr hinschlage. Ich fasse es einfach nicht. So, was mit euch? Die Nix-Könner, ja? Ist hier was? Ja, Rage. Sehr gut. Ach, schon wieder so ein Typ. Wow, diese kleinen Mistmaden. Die können einen echt nerven. So. Läuft. Oh Gott, was bist du für einer? Hallo. Au. Ist klar, der kann schneller schlagen oder was? Ist klar, ist klar. Okay, ich geh ja schon. Moment. Ja, ist klar. Wurde es nicht unterbrochen? Ja, genau, schon wieder. Was ist das für ein Typ? Den kannte ich noch gar nicht. Wie der Typ einfach nicht unterbrochen werden kann. Permanent. Laut. Wo ist das? Dann muss ich lang. Hier lang, oder? Merken. Die fetten Typen sind echt heftig. gegen die Kriegsmaschinen der Samurai sehen unsere aus wie Spielzeug. Sie haben im Exil viel gelernt. Von vielen Völkern. Hätten sie es nicht getan, wären sie keine solche bedrohen. Und nach unten. Na los, komm. Oh. Ist klar, ist... Ich passe es nicht. Nein. Na komm. Oh, weg ist er endlich. Einfach mal runterspringen und die Hälfte meines Lebens verlieren, sagst du? Oh ja. Obwohl es eine Leiter gibt. Mann. Mann. Du bist auf meiner Liste. Was bist denn du für einer? Ein Nixkönner. Okay. Alle klar. Und weg mit dir. Moment. Ach. Was ist denn das für einer schon wieder? Alter. Und ich block auch noch und es passiert nix. Wirklich jetzt? Das war Glück. Na komm. Lad dich auf. So. Jetzt die Frage. Gucken wir mal hier nach. Vielleicht ist hier irgendwas interessantes. Wettbewerbogen schützen. Wettbewerbogen schützen. Oh Gott. Wieder keine Energie. Und was ist hier? Mehr Schaden. Ich würde sagen ja. Nehmen wir. Mehr Schaden für Verbündete. Ach gut. Gut, dass wir hier nochmal kurz vorbeigekommen sind. Die Seefestung der Samurai schützte einen der wenigen Orte im Land Jürer, an dem eine feindliche Flotte landen konnte. Die Festung war unart. Jetzt bin ich gespannt. Ihr kennt der Wattreich. Na, wo sind meine Leute? Wir mussten sie nur noch zurücktreiben. Perfekt, da sind sie. Ist hier irgendwas noch zum angucken? Nope. Das sind wir. Okay. Wie waren das nochmal? Ah, die zwei. Also nach vorne und zwei drücken, sagst du. Kein Problem. Ich fasse es nicht. Was macht der? Moment. Ups, das war einer von meinen. So, weg mit euch. Wie kommt der denn? Achso. Wollte mich gerade beschweren. Wie kommt der denn hinter mich? Das ist hier eigentlich... Der lebt hier immer noch. So, weg mit ihnen. Du hältst meine Leute nicht auf, ja? Moment, da ist was zum O drücken. Die Samurai hatten keine alten Vorfahren in diesem Land. Sie kamen nach der Katastrophe aus einem fernen Land entmossen. Aber sie waren sehr... ...enthusiastisch beim wiederaufbauchen. Schön durchschmetzen. So sieht's aus. Wir gewinnen. Ne, das war unser. Der schickt sie alle nach Bahalla. Die Schlacht war gewonnen. Nur ihr Kommandant war noch über. Wie bitte? Das glaube ich nicht. Hier sind auch mehr als nur noch der Kommandant da. Du wolltest mich doch verarschen, oder? Da vorne müsste der Kommandant sein. Weg, 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 weg. Ich will ihn hier ausfordern. Also erst will ich mich kurz heilen. Was? Fängt schon mal gut an, ey. Na komm, jetzt. Und in your face, mein Lieber. Ist klar. Wie konnte er das jetzt schon wieder blocken? Ist klar. Nö, 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 nö. Wieso kann er denn? Fick dich doch! Mann! Jetzt bin ich dran. Rache! Rennen! Och, komm! Fick dich. Kann doch nicht sein. Du stehst mir im Weg! Na! Wieso das, Jen? Boah, Ausdauer. Na. Ist klar. Wawa命! Auch deine Leben! Das ist, dass du nicht in長 diret. Das ist, was du zu sterben. Mann. Das ist, was du zu öffnest. Das ist, was du zu öffnest. Na, jetzt. Ist klar, jetzt macht er Rach, oder was? Meine Fresse! Moin, ich muss ein bisschen aufladen. So, jetzt kann ich. Ups. Na, jetzt. Warum kriege ich den jetzt nicht platt hier? So, aufs Maul. Darauf, die ganze Zeit auszuweichen. Mann. Mann. Dieses Ausgeweich von dir geht mir sowas von auf den Sack, ey. So verreckt in der Hölle. Und der blockt noch. Mann. Echt jetzt. Ich fass es nicht so. Weg ist er. Boah, diese Kämpfe. Daten werden empfangen. Ablust des Internet ist jetzt weg. Dann dreh ich durch. Boah. Ernsthaft? Internet geht schon wieder nicht. Ich fass es nicht. Ganz ehrlich. Kabel Deutschland ist... Einmal dem Akzept des Kaisers zu erreichen... ...wurde die Kaisers zu erreichen... ...mussten die Wikinger jetzt Mühe durchqueren. Hier würde schiere Kraft nicht ausreichen. Können und Wissen... ...wunden für die sichere Durchquerung benötigt. Die Walküre des Kriegsblutclans Runa... ...wurde entsandt, um einen Weg zu finden. Ganz ehrlich. Covet Deutschland ist der größte Mist, ey. vier, fünfmal am Tag darf ich den Router resetten. Und ich schicke mir noch nicht meinen Router. Obwohl ich das schon zweimal angefordert hab, ey. So. Aber Aufklärung sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.